moin moin leute und wie angedroht und angekündigt weiter geht expeditionsstufe 2 mit elite gegnern ich wechsle einmal kurz die waffen weil so wird ja nix du hast du hast auf jeden fall schalli dabei auf deiner sniper auf stromgewehr auch ich packt mir hier gerade den bogen auf jeden fall noch mal ein weil ich ja ein den stufe einser ja stimmt gar keine verkehrte idee die kann auch feile verschießen deswegen die macht 400 haben diesen one shot für die anfänger das ist schon mal gut denn lmg habe ich mit raketenwerfer brauche ich nicht scharfschützengewehr nehme ich mir mein scharfschützengewehr mit reicht für ein 1 mit hat glaube ich ja auf jeden fall du kannst gleich schon auf dem lng hier panzerbrechende munition für die truppe einpacken oder rauf machen das war eine gute frage wie muss man das macht ich bin doch gerade in der auswahl ja mache ich dann wenn die truppe da ist schrotflinte brauche ich nicht ich überlege ob ich mir die ak noch mitnehmen ak die improvisierte ak 47 stufe 2 die mit dem die mit dem schrauben zu vorn dran genau habe ich auch gehabt die ist richtig geil jetzt auf dem 40 40 mac dann nehmen wir auf jeden fall mit so munition nachfüllen munition ist voll spezial munition auf dem panzerbrechende lmg munition 160 schuss ein tüten ich mache auf jeden fall die mit stangen stelle ich noch mal her gut dass du das erwähnst weil zart auf hart kommt ja richtig kampf vorräte auffüllen das ist mal gar keine verkehrte idee das habe ich alles alles voll 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 eine smoke granate habe ich noch mit ich habe alles voll gemacht jetzt gut was ging aha alles klar so lmg ist drin da war man scharf hat er sich das schieb erst mal gegönnte naja ich lute es mal schnell ich hab Angst dass der sniper mich schon sieht dagegen kann ich hier jetzt noch nichts machen ne ne ich höchstens aber dann wo ist das schaf an schaf ach da dem knick hey fälle fleisch ne nur fleisch so auf jeden fall müssen wir jetzt mal wirklich wirklich stealth machen ne nützt ja alles nix naja wollte ich auch gerade sagen nützt ja nix sonst geht es uns auseinander hast du ja gesehen geringfügig sonst lass uns unten mal reinschleichen würde ich sagen wir ja aber wenn wir jetzt einer schießen sehen die leute von oben das gleich ne juckt zwar an den fingern aber ne solange es so die finger sind die jucken geht er denn noch haha kann man die so alten scheinbärfeier nicht ausmachen ne leider nicht deswegen bleibe ich auch immer bestimmt im schatten weil ich weiß nicht ob das irgendwie einfluss drauf hat so sonst erkenne ich gerade kein mehr haben wir nicht gesehen ich vermute ja oh gott jetzt verschlucke ich mich auch noch was hast du getan Ah Oh Oh Ah meine Sachen Nein Ich lebe noch oh Scharfschätze LNG kümmere ich mich gerade darum ist weg Scharfschätze ist weg Ah ne, ich habe mich alle nur da ungeschossen ich kümmere mich erst mal um die oben aber querstangen getroffen wieso sehen die mich von da her ach da unten rennt einer da musst du mal aufpassen die haben schon stufe dreier hier oben du hast keine stufe dreier waffen bleibt sonst in deckung große gute frage von rechts sehen warte ist weg so stufe dreier ist immer noch auf der brücke ja links rein gerade einer lang der ist aber rein gerannt der stufe dreier kommt oben aber nicht aus seinem versteck und ist wieder einer oder wo sein die oben am lmg oben ausguck gut bin drin über dir ich komme sofort nach ich jetzt aus nur noch besuch ich schleiche und warum ich versuche mal irgendwie von hier unten schon was zu machen ja praktisch wenn du sie markier ist da weiß ich wenigstens wo sie sind so kann mich ein bisschen von hinten ran kurschen ja ich bin jetzt auch unten bei die drüben das gefällt mir alles nicht so wirklich naja nicht nur die ich schleiche jetzt auch mal extra ja ich versuche mich auch ein bisschen zu pürschen ich denke dann bist du für drei kann ich takedown falls wir ankommen weil ich dann mal mein bogen in die hand du musst fast genau drauf zu lassen wie bei dem alten bogen aber der hat ein schild gleich hast du schild geschossen das funktioniert ja ich weiß der andere rennt ja noch rum ja ja krieg ich jetzt rechts links weg aber drei habe ich auf jeden fall gewischt da ist noch einer markiert der hat sich gerade luft aufgelöst hätte ich habe keine moni mehr so wie es aussieht doch steine ja du musst wechseln hast du gemacht ja aber ich habe doch nö er muss waffenrad aufrufen und dann eher 1 oder sowas ja moin jetzt verschieße auf feine das ist ein typ mit schild der andere macht gleich alarm an oh mein gott elite klasse so wechselst du auch diese munitions typen ich habe die last recht aufs weiter ich habe zwar panzerbrechende dabei aber kann sie nicht auswählen ich habe die truppe geworden schaut im netz hat läuft ich bin gleich da und ich bin gleich da und auch gott oh gott oh gott oh gott auch nur kurz ein medikett rein wieso packt er sich auch oben hessen oh gott ich habe aber medikett rein wie viele sind das denn ich brauche schon wieder medikett eigentlich gute frage aber wir sollten uns hier nicht so einen engelassen glaube ich verteilt schon mal meine mollis hier ein bisschen die waren als geschenke bei dir ist noch einer ich habe nicht ich habe mich gerade selbst eingeschlossen in den flammen du lebst aber noch oder ja ja nimm einfach die leiter jetzt wo kommt das war teamwork bist du das mit dem auto das bin ich ich versuche die aufmerksamkeit man wissen wir auch nicht zu lenken aber hier steht lkw im weg nehme ich den lkw irgendwie lkw ernsthaft die elite klasse ab standard waffen wie alle anderen auch davon kriegst du jetzt elite waffen ja nervig zeit bluten wir brauchen keine helfe ich sehe hinter mir gerade scheiß hast aber glück gehabt du bist sogar fast durch die tügel gefahren ich sehe mal zu sich hochkommen war machte hast ich kann von einer anderen seite hätten die treppe hoch die leiter pass aber ich wollte gerade sagen vor dir ist aber irgendwo ist unten noch jemand munition alles mitnehmen das paket schnapps das war auch mein jedes mal irgendwie haben wir talent dafür so habe jetzt auf dynamik geswitcht der hat leicht reden ich bin unten aber wo bist du ich bin beim leuchten nein ich bin schon und ich dachte du red schon los ob das war nicht ganz mit zwei leute stehen bei mir clever irgendwie backen die leute bei mir auch ein bisschen rum das steht vor mir ich will schießt noch mal ist er zehn meter drüben magic aber ich wusste gar nicht dass ich eine elite klasse one shotten kann mit der sniper ich packe mir jetzt auch die sniper ein versuch nummer drei wir schaffen es noch mal ich weiß schon wie du es nennst wie das fail über fail irgendwie sowas ich hätte es pauschal einfach never ending story genannt sturmgewehr leise eine tolle alternative zum scharfschützen gewähren aha sturmgewehr leise stufe zwei war improvisiert ist 45 70t ach so ja das ist aber eine one shot na also die schießt nach schießt nach macht dementsprechend aber auch mehr schaden denkt man na also 200 schaden zu 67 ja gut das macht die snippe für einen schaden die zweier snippe 200 250 aber kein schalli ich hab die untere wie die untere die untere ist anscheinend ich habe zwei scharfschützengewehre einmal das improvisierte karabiner 308 und einmal die svd probiert habe ich auch aber was hast du denn sonst noch die svd claymore habe ich noch ach weißt warum das sein kann das vor die claymore premium waffe alles klar gut hat er munition nachfüllen tut er hat er kampf vorräte definitiv dynamit wieder mitnehmen ich bin auch wieder mal auffüllen nein ich will keine coins kaufen nicht so ein ready so die tun obwohl fast stadt stadt der slr stadt der ak 47 nehme ich mal die dings mit die premium waffe die 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 na wo ist sie denn jetzt hier die 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 schleider also ja mach mal wechsel gleicher pfeile jetzt aber ich verstehe nicht warum ich beim lmg keine andere munition reinpacken kann wie kannst du nicht die kann nur ein munitions die lmg die hier ist okay ja dann kann die keine panze brechen ja ab stufe 3 wahrscheinlich erst ich glaube das sturmgewehr stufe 2 dass die ak die du hast kann das auch glaube ich schon ich weiß es aber nicht so genau steht doch alles bei den waffen bei was für eine munitions art sie laden können stufe 2 kann stufe 2 kann alles nur standard gut stufe 3 kommt panzerbrechen alles klar so you ready pfeile ready ach hat er sogar schon vorgearbeitet hat er natürlich aber ich gehe jetzt mal ich versuche mal einen anderen plan das ist ja alles freies ja jetzt hat er es kapiert oder er versucht gleich über das wasser wo willst du denn was kaltest du noch dafür bestimmt sicher sicher ich versuche hier hinten über den berg rüber zu rennen okay vorteile kapital ist schleichen acht scheiße er misst hier unten im wasser schwimmt ein hai oh gott oh fast hat mich hat er gesehen ich wusste gar nicht dass es in dem spiel haie gibt das hat sich der haie dann aber auch gedacht hier ist ja wie so viel ich muss schießen ich habe mich gerade auf das drecksteil ja ich bin auch weg gefressen meine klettern kommt nicht so weit kommen ist so war ja ich habe kommt er klebt diese konnte kletterhaken denn nicht so hoch ist versteht nicht jetzt brauche ich direkt für dieses dreck ich erst mal zwei medikits das kann doch nicht sein lasst doch einfach so hochheilen so lange was glaubt ist ja zu spät schon erledigt und stell welche her kannst du auch nebenbei machen oder wusstest du das noch nicht medikits kann man nebenbei herstellen war vom raten 3 schön dass ich das auch mal sehen ja gut wieso lernt ich diese logik von diesem schein miss kletterhaken verstehe ich einfach nicht versuchst du es denn für kletterhaken wenn du hat ne ich will mich hier an der seite längs schwingen am schiff damit ich hinten dran kommen aber irgendwie wenn ich einmal rüber schwingen habe ich noch keine anzeige für kletterhaken werfen bei dem nächsten haken und dann ligge ich im wasser zu sehen also kletterhaken vergiss es der ist wie baggie dann versuche ich so hier rüber zu schleichen ja gerade sind die straßen hat immer meine straße angegangen 18 uhr fast 18 13 bist du schon auf dem boot ich bin schon fast oben drauf schon fast auf der brücke willst du sonst schon mal Richtung leuchtturm ich schnapp mir das sonst bleiben verpiss mich einfach schnell ja warte denn wo ist der leuchtturm wo ist der leuchtturm wo ist der leuchtturm hinterm schiff dann renne ich Richtung leuchtturm ja und dann gebe ich dir von hinten deckung ok ja ich muss eben so schnell wie es geht weg ja da hinten ist der leuchtturm kann einen moment dauern bis ich da bin lass dich jetzt in der zwischenzeit nicht erwischen ich versuche auch unentdeckt zu bleiben gibt es hier nicht irgendwo ein fahrzeug oder so wie sie sagen kann alles klar ich fahre da runter ans wasser und sammle dich ein glaub ist zu spät ok lauf da kommt einer zu dir ok sehen was dauern war hier nicht ein Seilrutscher achte ich bin auch bei mir nein ich hab nichts gedrückt aber ich bin im wasser gelandet egal soll ich zu dir vorschuss oder soll ich schon mal vorrücken rück schon mal vor alles klar denk dran dass da oben im lmg steht ne zur verteidigung ja boah ich verhau die digger zwar voll aber hauptsache unter druckes feuer ja ich kann mir auch erinnerung und da kommt einer Achtung joa mich hat eine Schlange gebissen wo ist denn der ACH SNIPE! 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 Aua ACH SNIPE! ACH SNIPE! ACH SNIPE! WOND SHIT! OAH! IS DOWN! OAH mich hat das Quatt angefahren rück weiter vor rück weiter durch gib dir Deckung hab ihn doch ich steh daneben und dresch erstmal auf ihn ein der zu dass du ans lmg kommst joa aufm weg komm lass mich da ran lass mich da ran lass mich da ran LKW 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 oh Gott das knall gleich Auto mit LMG jo mich hat er pass auf komm links rum ich liege hinter der Kiste da kommt noch einer da kommt noch einer ja ja warte 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 UH abtisch perfekt ich hira mir AU 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 MEDICAT MEDICAT ich hau mit MEDICAT rein aufm LMG Truck LMG 报he ich muss schon wieder verbrannt hat der ist er auf dir gelandet DING ist er auf mir gelandet ich will sie doch zu kriegen ich versuche das zu kriegen was wird schwer er lasst wieder auf dir einfach rein und weg oder was wenn du es damit gewinnt auf jeden fall macht dann ist aber sie können auch den heli zerstören die verbrennen den heli die es sich jetzt auf mich gelandet dass ich gerade reagieren kann ich hätte ich unten drunter mehr da kannst du jetzt überhaupt nichts für digger das dick ist ja mal dermaßen buggy ein bisschen wenn ich auch aufgeben drücke ich weiß ich hab dann vorbei ist ich vermute mal ach doch ich kipp auf in 321 versuch dich reinzusetzen er fliegt nicht los ich spawne ich respawne digger was ich respawne in 14 sekunden 12 11 10 da kann man respawn war der scheiße wusste ich auch nicht aber ich bin gleich da und ich hab keine mini-packs mehr aber ich hätte 321 bin da aber du spawst auf der anderen seite glaube ich wieder ne nope bin hier aber du spawst direkt bei mir nice so ich würde sagen abflug wa bin drinne ja da ist die lüte klasse welche seite bis zu den stress ja der macht schmeißt granaten tnt dynamit ich lasse meine sniper nach das paket ich schweiz hier mal dynamit einfach aus dem fenster alter vater da kommt ne apg da kommt ne apg du bist vorbei war das jetzt ein aus oder ich dachte das wäre jetzt aus gewesen mit uns meine pumpe verdammt du ahnst das nicht du ahnst es nicht oh weiler sei froh dass ich durchgehalten hab ist so hätt ich das früher gewusst da hätt ich gleich gesagt okay lass mich liegen ja das kann man ja nicht wissen er hilft mir auf ich steh grad auf flump hat er nicht gemacht ja weil er hier genau über dem in der luft schwebt ich dachte du kommst da vielleicht auch raus aber bong wieder drauf der hatte mich echt liebte ja ich finde die könnten zumindest wenn er hier irgendwo landet auch ein rauchgranate schmeißt dass du weißt dass du da nicht stehen solltest ja oder keine ahnung wie markieren oder so so hey hier lande ich nein eiskalte eiskalte ja freunde ich würde sagen auf stufe 2 flugzeugträger haben wir dann erstmal erledigt damit endet denn diese spektakuläre auf haben wir auch hey wie man sieht Panzertape gekriegt Zahnrad gekriegt Federn gekriegt wäre ich gefedert ja dann würde ich sagen in diesem Sinne definitiv danke fürs Zusehen ist dem Spiel beigetreten moin danke fürs achso danke fürs Zusehen lass mir auf jeden Fall ein Abo da ja Daumen nach oben Kommentare die Klassiker halt und bis zur nächsten Folge Far Cry tschau tschau tschau